Ok Leute ich bin jetzt gerade hier im Alldick Ich bin gerade hier im Alldick Und Alldick Ihr seht gerade diese Menschen hier Ihr seht gerade diese Menschen hier Und die greifen mich sogar an Die greifen mich sogar an Und ich nenne Die stehen hier Und die sagen, die kommt nicht aufbitte Geh mal weg, halt mein Handy nicht an Doch mein Handy nicht an Doch mein Handy nicht an Die stehen jetzt hier Und nicht Guck mal Der ist der Meinung Der will Negerküsse kaufen Ich hab ihn aufgeklärt Neger gibt es nicht mehr Sie meinen Weil sie damit groß geworden sind Haben sie auch das Recht das zu sagen Diese Menschen hier Ja wir haben verstanden Wir haben verstanden Wir haben verstanden In Alldick wurde ein Schwarzer angegriffen Und es wurde dabei gefilmt Und äh Also der wurde beleidigt Ja wir haben es verstanden Wir haben es verstanden Ja Hört auf es mir zu schicken Hört auf es mir zu schicken Ich kann es nicht mehr sehen Okay Anstatt dass sie es mir schicken Geht zu dem Aldi und macht was Geht zu dem Aldi wo das war Das ist in Neukölln Wenn mich nicht alles täuscht Geht da hin und macht was Ich werde natürlich niemanden zu einer Ähm Ich werde natürlich niemanden zu einer Kriminellen Straftat hier motivieren Das wäre natürlich falsch und gegen das Gesetz Also nochmals Äh äh Ihr könnt demonstrieren Ihr könnt euch kundtun Aber bitte nur im Rahmen der gesetzlich erlaubten Barrieren Okay Und so Und an dem Bruder Äh Du hast praktisch gesehen Den Sechser im Lotto Den Sechser im Lotto Von diesem Von diesem Äh Von diesem Mann da bekommen Das ist so Eine Einladung zu einem Wellnesspark Für 14 Tage umsonst So eine Einladung hast du gekriegt Weil der Typ hat dich mit einer Kiste beschmissen Und du hast hier in Deutschland das Recht Dich zu verteidigen Okay Und anstatt dass du es filmst und sagst Ja ich werde dir rastisch angegangen Hau den Typen in die Fresse Mann Hau den Typen in die Fresse Das ist sogar dein gutes Recht Weil er hat dich angegriffen Hau den Typen in die Fresse So Damit dein nächstes Mal besser überlegt So hol nicht dein Telefon raus Und sag Hilfe Hilfe Ich werde dir beleidigt Sehen Sie Sehen Sie Sehen Sie Der Typ beschmeißt dich mit einer Kiste Und du hast den Telefon raus und filmst Hau den Typen in die Fresse Mann So Und jetzt bitte Ich habe das Video jetzt gesehen Ich habe es gesehen Ja ich teile es auch So Ich will mich auch erklären Warum mir das auch gesagt geht Okay Nicht dass die Leute jetzt wieder denken Mir ist das scheißegal Nein mir ist das nicht scheißegal Mir geht das sehr nah Aber mir reicht es einfach nicht mehr Das Leute jetzt ins Internet gehen Das Ding teilen und sagen Guck mal wie böse Aldi ist So Das reicht einfach nicht mehr So Diese Maßnahme reicht einfach nicht mehr Das sind so Almosen die man kriegt Guck mal Guck mal wie arm die schwarzen Guck mal wie arm die schwarzen dran sind Guck mal Schon wieder Schon wieder wurde einer beleidigt Ne Das ist aber scheiße von Aldi Das reicht mir nicht mehr Diese Almosen Diese Almosen Also was heißt Almosen Das sind keine Almosen Die Leute haben ja Solidarität So Respekt Ich fühl das Aber Gerade der schwarze Bruder Der da gefilmt wurde Bruder du musst dich da gerade machen Bruder Hau dem Typen in die Fresse Bruder Hau dem Typen in die Fresse Wenn der dich schon angreift Bruder Du hast das Recht zu verteidigen Dann haulen aufs Maul Bruder So Dann sollen die das Video teilen und sagen Guck mal wie der sich gerade gemacht hat Der schwarze Das ist schon mal ein ganz anderer Flex Bruder Ich bin nämlich Fax I'm just sane